Frau Dr. Schweizer, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Und uns würde natürlich sehr interessieren, wie Sie die Buchserie Schwarzer Tiger empfunden haben. Vielleicht mögen wir uns kurz was dazu erzählen. Mhm. Oh. Mhm. Ja. Ohlala. Ah. Mhm. Sehr spannend, ne? Und wenn Sie das Buch in einigen kurzen, prägnanten Wörtern formieren würden, was würden Sie dazu sagen? Ja, das trifft ganz gut. Wer ist denn eigentlich Ihr Lieblingscharakter? Das geht mir genauso wie Ihnen, Frau Dr. Schweizer. Und für wen ist das Buch so geeignet? Mhm. Ja, vielen Dank. Das wird es, äh, ja, glaube ich, jetzt viele neugierig gemacht haben. Die Webseite ist www.schwarzer-tiger.com und man kann es ja auch in allen Buchhandlungen bekommen, oder? Ja, genau. Das dachte ich mir auch schon. Ja, dann bedanke ich mich sehr, äh, für das Gespräch. Ja, natürlich, immer sehr gerne, Frau Dr. Schweizer. Möchten Sie vielleicht noch abschließend was loswerden? Da kann ich mich absolut anschließen. Ich wünsche euch allen noch ganz viel Spaß beim Lesen. Und ja, Ihnen und euch allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. noch was. Tschüss. Vielen Dank.